herzlich willkommen zu einer neuen warthunder folge und diesmal mit concord seine erste runde hallo auch auf meinem kanal herzlich willkommen und ja wir sehen das erste mal spiel ich warthunder also was heißt erstmal ich glaube ich hatte schon vier stunden drin aber doch so viel tun ja also laut steam oder vier stunden also bleibt am besten ein bisschen oben stütze ich runter ich muss erst mal ein bisschen reinkommen schauen wir auch er überhaupt um es mir gefällt ich habe natürlich die ersten flieger die es gibt und so wie viel gegner gibt es denn hier es ist jetzt eigentlich kann man es ist jetzt eigentlich nur fliegen oder gibt es jetzt hier auch ansehe ich kenne mich in der spielbrüche aus nee das ist jetzt nur fliegen mit was ziel ich eigentlich mit dem kreuz damit oder mit dem kreis mit dem kreuz mit dem kreuz karte laden die waffen automatisch nach und im realismus ist es natürlich nicht der fall also wenn die motion leer ist dann ist er da müsstest du zum flugplatz zurück und sei ja ich kann zu ja ist überall sind gegner aber ich finde irgendwie keine gegner bin nur noch diese großen kanonen gewohnt ist wie ich wieder mit sieben millimetern rum ballern das ist echt das gegner ungewohnt mal vielleicht nicht auf rumba gehen ganz ehrlich hat auch die schiffe die gehören zu uns oder die blauen zumindest die blauen ja gottes wenn ich so voll daneben ja auch genau und auf es kannst du klappen muss von er steht es dann unten dann zu kampf oder sowas dann kannst du theoretisch besser törnen ab ich glaub mit doppeldecke dann funktioniert das noch nicht falls es gerade doppeldecke fliegt ich bin mir gerade echt nicht sicher ob ich irgendjemanden treffe oder nicht es wird angezeigt falls du trufst da stehen also treffer ich kann gerade nicht schießen da brauche ich dann um nachzuladen wenn ich direkt hinter ein fliegt dann wird ja alles schmutzig ja weil es einen treibstoff ja ja abschusshilfe neue anflug wie auch nee jetzt muss ich wieder nachladen es ist ungewohnt wieder gerade zu fliegen ja entschuldigung ich mag auch jetzt mal ein bisschen reinkommen ja ja es macht irgendwie spaß wieder so beweglich aber reparieren tut man hier nicht irgendwie selbstständig wenn du getroffen wurde es nicht da müsstest du zum flugzeug öffnet sich auch die karte kannst du mal nachschauen ist ach du bist hinter mir oh ich habe irgendwas getroffen richtig geil wieder treffer zwei treffer beim bombern versuch auf die triebwerke zu schießen also rechts oder links bisschen von diesem weißen vorhaltepunkt oh treffer 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 wo scheiße mission gescheitert was ich stürze ab ja was war jetzt wir haben verloren und das ging mal schnell weil ich glaube die gegner haben alle bodenziele zerstört ach man hat ein ziel ich dachte das ist sowas wie team der nicht gewesen oder so also man kann alle flugzeuge zerstören oder man zerstört alle bodenziele und dann gibt es noch einen anderen spielmodus wo man dann flugplätze erobern muss da muss man also land wollen wir wie lang ist wie lange machen wir jetzt eigentlich schon wollen wir noch eins im anschluss in diese aufnahme oder geht es immer wenn du willst können wir es ruhig machen ja es waren vielleicht jetzt fünf minuten oder so ja hier glückwunsch du hast irgendwas erforscht interessant ja genau du hast wahrscheinlich gerade was erforscht forschungs ziel aus nein ich das flugzeug will ich nicht erforschen ausgeben komme ich da jetzt weg aus dem menü ausgebe auf x oder zu drücken ja da ist kein x das ist das problem ja dann halt irgendwas weiteres erforschen ich weiß jetzt gerade nicht wo du drin bist scheiße jetzt habe ich irgendwas angefangen zu erforschen weil ich nicht wegklicken konnte jetzt ich konnte da gab es nur ein button und da stand erforschen naja wurscht kannst du nachträglich jetzt noch mal schauen was du erforschen ja ich habe jetzt mal auf bereit gedrückt weil wir jetzt nicht so viel zeit haben mit dem rum zu gaukeln wird hoffentlich finden wir dann gleich wieder was also ich gehe mal davon aus dass ziemlich alle zuschauer auf dieser welt jetzt die dieses video gucken sich besser auskennen mit dem spiel als ich ich denke auch denkst ich jetzt oh mein gott was macht in der typen was für ein spaß ja man fängt bei jedem spiel an also ich finde war fantasy ist ein ziemlich kompliziertes spiel wenn man jetzt als neuling da rein geht weil sie alles machen kannst erforschen und dann die einzelnen bewaffnungen für jede fahrzeug und 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 das ist schon dann irgendwo heftig aber ich bin nicht einmal abgeschürzt ich hatte nicht einmal mein fahrzeug verloren es ist gut weil falls du willst am boden diese roten dinge das flack und so da können es theoretisch auch drauf gehen und versuchen so viel und das haben die geschafft ja auf der anderen karte waren es gar nicht weniger ja und in der karte sind halt die karten relativ ein du siehst du die sind gleich da die gegner im realismus muss man erst starten das zehn minuten dann vielleicht mal der erste gegner da ist was da nicht ein bisschen nervig was wenn du dann zehn minuten da erst mal hinfliegst dann stirbst du von mir oder keine ahnung bei deinen munis alle und du musst ja auch wieder zurückfliegen und es ist nicht ein bisschen anders ist halt der realismus man muss das mögen ja so oder gehe ich mal auf den denke ich treffer drauf ich freue mich wieder wenn du auf dem br bist du 20 mm kanon dabei sind mit dem kreis muss ich im anderen kreis drin sein oder wie der weiße kreis sagt der wo du hingehen möchtest es ist eigentlich besser und zeigt wo du gerade hin zeigst dauerfeuer oder eher so eine feuerstöße weil die waffen können dämmen was lieber so feuerstöße machen ok diese doppeldecker die sind viel wendiger als ich das nervig ja da fliegt einer so tief der will mich wahrscheinlich zum abstürzen bringen ich habe wieder etwas getroffen der weiß das über gott ja jetzt habe ich verloren scheiße doch wieso schieß ich daneben was ist denn das jetzt für ein scheiß ich krieg die nicht da um wieso gehen die nicht da um wieso bin ich eigentlich so voller schaden die vor mir könnte die benzin fallen lassen oder oder warum ja also so was du gesagt wenn die ein leck haben ach so ich glaube ich stürze gerade ab stoff bei mir geht der motor aus was mache ich jetzt dann bist du schwer beschädigt äh ja du stirbst scheiße aber ich segel noch vor mir hin und jetzt ich könnte landen ich könnte dann sterbe ich nicht das sind echt überlegen auf dem flug also wenn du nicht auf dem flug zu landest dann wird es herzlich natürlich wird ein bisschen scheiß wenn ein baumweg ist du verlässt dein fahrzeug in das siehst du ich bin nicht tot ok jetzt wäre ich jetzt wäre ich spätestens tot aber wieso wieso bin ich jetzt schwer beschädigt ich verfolge die ganze zeit jemanden ja wenn das ein bomber ist die haben heckschützen die schießen dann auf das weiß ich jetzt nicht also wenn es ein großes flugzeug war dann war es wahrscheinlich ein bomber war eigentlich ein relativ kleines aber der hat viel ausgehalten ich habe den nicht ja das ist auf diesen br so man muss so viel in diese gegend reinholzen das wird besser ich glaub mir dann machst du nur noch dritt und weggesam und hinter mir war aber ich dachte ich habe nichts mitbekommen dass er auf mich geschossen wurde plötzlich plötzlich geht mein motor aus ich war nur einmal hinter ihnen und dann wurde es halt so schmutzig ich bin mir nicht sicher kannst ja oder die leute ja die zuschauer werden mir schon sagen du derb der wohl voll auf dich geschossen du bist voll scheiße ich werde jetzt beinahe abgestürzt ich glaube das war jetzt mein erster fahrzeug zerstört in dem spiel das fliege äh ja geil ich hab jemanden gerammt das ist meine hecksteuerung kaputt nein ich lande ja das war bei mir auch ich bin auch schön gelandet ich bin nicht explodiert oder so ja gut zwei flügel sind weg gewesen na gut dann probier ich mal einen anderen flugzeug aus aus der entfernung brauch ich denn nicht anfangen zu schießen oder so ab 800 meter da ist es dann vielleicht sinnvoll wenn du gut bist kannst du auch schon 1,2 km anfangen ja da braucht man halt viel übung äh hinter dir ist glaube ich keiner ne du ja ich versuche den vor mir aber zu erwischen der ist aber schneller als ich habe ich das Gefühl ich glaube das ist ein bomber ja aber der hat so zwei fette dinge ja das ist ein bomber ja das ist ein bomber ein schwerer jäger ich bekomme treffer der ziel auf unsere boden ziele der sack die 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 ich muss nachladen das habe ich gedacht alles habe ich gedacht nur ich lege den gleich rein der bremst so ab oh mein gott ein scheiß mitspieler von mir ist mir reingeflogen was für ein wichser oh dieser blöde wichser sorry tut mir leid das wollte ich nicht sagen diese blöde kacknudel wollte ich sagen ja ich gewonnen immerhin ja toll genau wo ich gestoppt weißt du hinter mir ich fast hätte ich den bomber zerstört und dann plötzlich kommt von hinten so einer von uns BAM flügel weg ahja das passiert öfters oh mein gott ja das ist wirklich ärgerlich Mission erfolgreich na gut ich muss ein bisschen im Menü muss ich noch ein bisschen üben ich glaube das fliegen kriege ich noch hin genau wenn du im Arcade irgendwann mal reingekommen bist dann kann man auch irgendwann mal Realismus fliegen mhm als du willst ja ich weiß nicht wie es ausschaut vielleicht schreiben es vielleicht mal die Zuschauer bei dir oder auch bei mir vielleicht ob die wollen dass du mich unterstützt dass wir immer zu zweit spielen oder ob ich dann mal alleine an mich arbeiten soll oder erstmal mich reinkommen soll und dann erst aufnehmen soll oder wie sie es wollen oder ja komplett begleiten wollen und mir Tipps geben wollen oder so das wäre doch auch was wer mit deinen Zuschauern zusammenfliegen ja ja dass die Community sagt wie ich fliegen soll und Tipps geben und meine Videos gucken und sagen ey da hast du es verkackt und dort musst du es machen und du bist ein scheiß Noob und deinstallier und so weißt du das würde mir sehr helfen ja genau ja ähm danke fürs Zuschauen und jo dankeschön vielleicht bis zum nächsten Video dann bis zur nächsten Folge ciao so ja jo ja jo so jo jo